Start Nr. 4 Mado Göder, SV Choupau Start Nr. 6 Anja Rost, SV 1923 Baden-Reinweide Start Nr. 5 Charlotte Starker, SV Choupau Start Nr. 1 Alexa Windisch, SV Medizin Badmester Start Nr. 3 Marlene Kühns, SV Oberunterschönung Start Nr. 1 Hildpunzer, SV Motorzeller Start Nr. 12 Bruno Quasdorf, SV 1923 Baden-Reinweide Start Nr. 7 Max Rothürmel, SV Steinbach-Hallberg Start Nr. 14 Niklas Merker, SV Grünner Start Nr. 13 Mick Lippmann, SV Geyer Start Nr. 9 Polita Blahuta, SV Grupp Tirol Start Nr. 27 Winner Anklam, SV 1923 Baden-Reinweide Start Nr. 28 Sophie Amberg, SV Schmielefeld Start Nr. 15 Mara Hildner, SV Marlensteiner Start Nr. 29 Start Nr. 13 Grünner Weißflug, DSC Erzgebirge Oberwiesenthal Start Nr. 30 Lünschal Jakob, SV Motorzeller Start Nr. 15 Start Nr. 16 Start Nr. 16 Hannes May, SV Geyer Start Nr. 48 Start Nr. 16 Start Nr. 15 Start Nr. 15 Start Nr. 57 Nils Delit, DSV Kleinschmaldheim Start Nr. 62 Steffen Lingnau ist Seebillingen. Start Nummer 59. Emil Vogel ist gegen die Hütteauern. Start Nummer 68. Matibel Tumsa ist SV Geier. Start Nummer 66. Louis Räufle ist SV Scheibenberg. Start Nummer 69. Radu Borka ist Seebillinge. Start Nummer 65. Karl Schurig ist SV Geier. Tag Nummer 68. Tag Nummer 69. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018